Moin Leute, da nächste Woche schon die Prime League startet, gibt es mal wieder ein Update von mir. Wir waren jetzt für eine Woche im 1337 Camp im Trainingslager, war eigentlich sehr, sehr geil. Das Camp ist sehr hohe Qualität, man hat nice PCs, 5 MS, also ich kann wirklich nur jedem Team, aber auch Privatpersonen, wenn man einfach mal ein Wochenende zocken will, empfehlen da zu Bootcampen, weil ist wirklich alles sehr, sehr geil da. Vor allem die Freigetränke und die Pizzeria, darunter ist auch sehr lecker. Also war durchwegs sehr angenehm, spieltechnisch haben wir das natürlich auch gut genutzt. Wir haben meines Erachtens schon deutlich improved, vor allem im Bereich Tempo und Midgame, wo wir im letzten Split sehr große Probleme haben. Da haben wir natürlich verstärkt drauf geguckt, um das zu improveen. Hat jetzt in Scrims eigentlich auch viel besser geklappt als letzten Split und auch im Showmatch gegen das alte NNO haben wir eigentlich eine gute Leistung abgeliefert, sowohl auf individuellem Level als auch auf Teamlevel. Es freut mich auch sehr, dass vier von unseren Spielern jetzt wieder Challenger sind in Solo-Queue. Wir haben wirklich die Zeit genutzt, um komplett zu tryharden und uns auf den Season-Start vorzubereiten. Der ist nämlich auch schon nächste Woche. Am Donnerstag geht es endlich wieder an und da spielen wir das letzte Spiel des Tages um 22 Uhr gegen EWI Einfach. Die waren letzten Split auch im Keller mit dabei, haben jetzt einen neuen Jungler und zwar Dunker. Bin gespannt, wie sie mit ihm performen. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr wichtiges und richtungsweisendes Game für uns. Im zweiten Spiel am Freitag spielen wir dann um 19 Uhr gegen Big. Es war das einzige Team, das wir im Spring zweimal schlagen konnten. Anscheinend lag uns das Team stylistisch gesehen einfach. Ich hoffe, wir kriegen einfach wieder gute Drafts wie im Spring und dann können wir da wieder was holen. Und am Sonntag um 21 Uhr, weil es ist eine super Week, spielen wir dann gegen Eintracht Spandau. Ist natürlich immer ein sehr hyped Matchup, aber wir müssen jetzt auch mal gewinnen, weil im Spring sah das nicht so gut aus gegen die. Deswegen haben wir uns natürlich viel vorgenommen für die erste Woche. Ich hoffe einfach, dass wir in der ersten Woche schon mal ein paar Wins holen, um nicht wieder direkt unten in der Tabelle zu landen und dann ohne viel Druck weiterarbeiten zu können. Aber gut, die Season ist lang. Es ist ein komplett neues Game jetzt mit dem Patch und es kann alles passieren. Von dem her, ich würde es mir an eurer Stelle auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe, es sind sehr viele von euch am Donnerstag, Freitag und am Sonntag mit dabei. Ich würde mich über zahlreiche Unterstützung im Chat freuen. Und wir geben auf jeden Fall alles, dass diese Season besser wird als die letzte. Macht's gut, wir sehen uns. Haut rein!